So, noch einmal live direkt an der A4, direkt genau auf der Grenze. Man sieht einfach mal, wie das Volk hier zusammenhält. Zu essen und viel zu trinken für die polnisch Einreisenden. Das haben alles polnische Bürger versorgt. Die stellen viel Wasser und zu trinken bereit. Das ist wirklich Wahnsinns, was die Landsleute hier so machen. Alles, was hier steht, haben Menschen bezahlt und hierhergebracht. Von Obst, Überwaffeln, alles für die deutschen Bürger, äh polnischen Bürger verzeihen. Die polnischen Menschen versorgen teilweise die Autofahrt direkt, geben das direkt rein. Ja, man sieht ja selbst, wie viel hier schon gesammelt wurde. Und dann wünsche ich jetzt ein schöner Hessisches damit, wieder zuenen. was ich dann Valentina, lieber Ge Cow. Ich glaube jetzt, ich bin ich dann noch connector Jetzt. Und alle vierten. finishesem submitted dazu? Und dann muss ich das Mist현 sehen. Vielen Dank.